Wir warten hier seit drei Stunden. Lasst uns den LKW aufmachen. Unser Informant ist zuverlässig. Da ist eine gewaltige Lieferung Drogen in diesem LKW. Wir warten. Wie lange denn noch? Eine gewaltige Lieferung. Wäre auch zu schön gewesen. Oh Scheiße! Lana? Laut Vogt war der Todeszeitpunkt vor circa vier Stunden. Das heißt, wir hätten sie alle noch retten können? Scheiße. Ohrein Haftbefehl. Wir haben doch nichts gegen den in der Hand. Hast die Finger von dem okay, Thorsten? Hey! Wo fährst du hin? Verdammt, jetzt red doch mal mit mir! Das heißt, der Menschenleben wird für sie. Sechs, acht, zehntausend Euro. Wenn wir die Menschen nicht nach Europa holen, dann kommen sie auf eigene Faust. Und sterben in der Wüste. Ja, oder saufen vor einem Bedusa. Verstehe, sie sind die Guten. Ihr wolltet an die Hintermänner. Das ist der Grund, warum du sofort wissen hinter uns her bist. Weil du von deiner eigenen Schuld ablenken möchtest. Das sind deine Toten. Die gehen auf dein Konto. Und wird sich weitere, die gerade in diesem Moment über die Grenze kommen. Untertitelung des ZDF, 2020